So meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer Weitrin, die Lustrin Runde. Cry of you, schreien vor Angst, weilen vor Angst, Angst haben vor Angst. Wo haben wir denn aufgehört? Genau, die Ronald Street. Jawohl, Ronald McDonald. Der besucht uns gleich. Äh, ich werde mal hier meinen Timer setzen, damit wir auch nicht immer ziehen, Leute. Denn ich habe heute nicht so viel Zeit. Aber jetzt geht's weiter mit der Ronald Street. Ich bin ja mal gespannt, was hier auf uns wartet. Wir haben im letzten Part schon auf jeden Fall einige Tentacle-Rape-Hentai-Monster gesehen. Und ich hoffe, dass hier nicht so viele sind. Okay, was erwartet uns? Der Kettensägenmann. Genau. Wer ist er denn? Wer ist er denn? Was? Renn, 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 renn. Fuck, 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 fuck. Oh Gott, oh Gott. Fick dich. Nein. Fick dich. Fick. Fick die Wand, fick die Wand, fick die Wand. Fick die Wand. Geh weg. Du stinkst. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh Gott, falsche, halt abgebogen. Renn. Alter, nein. Oh Gott. Oh fuck. Immer rückwärts laufen. Der kriegt mich nicht, der kriegt mich nicht, der kriegt mich nicht. Nein, nein. Renn, da rein, da rein, da rein. Deine Tür würfelt sich nicht. Alter, wer macht denn sowas? Ach du Scheiße. Okay, und renn. Renn, 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 renn. Warum haben wir denn auch so begrenzte HP? Nein, 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 nein. Oh, wie soll denn das gehen? Wie soll denn das gehen? Hä? Nämlich die Knatter Falls. Und schießt ihn damit über den Haufen. Den Penner. Der soll sich wagen, mich anzugreifen. Fick, 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 fick. Die sterben. Och Mann. Wie soll denn das gehen? Wie soll denn das gehen? Ich krieg das nicht hin. Hä? Versteh ich nicht. Da muss man ja irgendwie ganz normal wegkommen. So. Renn, 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 renn. Dieses Geräusch allein von den Verrückten. Nein. Ach, Dreckbums, Huren, Scheiße. Och, fickender Arsch. Was mache ich denn hier? Lä. Laufen, laufen, laufen. Sprinten. Laufen. Sprinten. Laufen. Kurz Sprint. Laufen. Kurz Sprint. Laufen. Dieses Geräusch, der klingt so verrückt. Ich will das nicht. Oh Gott. Das ist doch krank. Dieses Spiel ist krank. Dieses Spiel ist geistesgestört. Fick dich, Kackewurst. Das ist doch nicht die Möglichkeit, oder was? Oh, wow. Hä? Wie soll man das denn schaffen? Sorry Leute, dass ich gerade so unmöglichen Scheißlaber. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Ok, warte los. Sprint. Immer so um die Ecken sprinten. Kriegt ihr uns nicht so gut, dann kriegt ihr uns nicht so gut, dann kriegt ihr uns nicht so gut. Ah, 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 ah. Oh Gott, die scheiße wäre die Hose. Oh, fuck. Oh, ich verkrampf gerade total. Sorry, Leute. Oh, wow. Erstmal regenerieren, bitte. Die Energie wiederholen. Mein Monitor hat irgendwie einen Schmutzfleck. Oder ist das im Spiel? Moment. Ne, ist im Spiel. Unten, bei der Energienzeige, dieser eine schwarze Fleck sah aus wie ein Schmutzfleck. Ich trinke erstmal kurz einen Schluck. Oh Gott. Oh, Leute. Ich kriege hier voll die Panik bei dem Spiel. Hier gibt es Sand. Sand, gib mir Sand. Ich schmeiße mir Sand um mich. Ich bin ja Sand, Mann. Nur der Mann im Mund schaut zu. Oh, oh Gott. What the fuck? Geht es hier weiter? Nee. Ach doch. Money. Okay, ich weiß nicht mehr mal. Die Typen umklatschen. Damit ich hier in Ruhe weiter kann. Iiiiih, wer ist er denn? Buckelfried. Iiiih. Ach, die kleinen Arschgeigen. Ja genau, da war ja was. Okay. Äh, was mache ich denn jetzt? Nicht das Handy, nicht das Handy. Nein, 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 nein. Okay, Einschuss reicht. Ich werde mal die Magazine hier ein bisschen verballern, damit ich wieder ein bisschen Munition freischaufeln kann. Man kann ja nur begrenzt mit sich tragen. Alter, dieses Spiel wird immer gruseliger. Das ist ja schlimm. Ich liebe es jetzt schon. Ich liebe es jetzt schon. Alter Schwede. Oh, scheiße. Oh. Ich schwitz grad total, ey. Dieser scheiß Jumpscare ist aber auch immer wieder, wa? Immer wieder. Äh. Friedrich. Lass mich in Ruhe. Kann ich nicht nachladen? Auch nur, wenn ich da alleine in die Hand reine. Ja, okay. Hier ist mir zu eng. Hier komme ich mit der Pistole nicht weiter. Werde ich den hier wieder benutzen? Franz? Friedrich. Super. Very funny. A Easter Egg. Der Entwickler hat doch auch scheiße gefressen. Batsche, 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 marschrooom, marschrooom. Batsche, batsche, batsche. Mushroom, mushroom. Ach du scheiße. Batsche, batsche. Sprint. Eeh. Eeh, von hinten auch noch. Eeh, Fedrich, der Kind. Der Kind. Der Kind. Ich bin hier gerade einfach nur... Ich muss irgendwelche Sachen sagen. Das ist so Gamer-To-Gret, weißt du? Wenn man sich erschreckt, dann sagt man irgendwelche bescheuerten Dinge hintereinander ganz wust. So wie die Fick-N-Da-Bumms-Hugel und so eine Arschlochkacke. Aber Hugel und so sage ich nicht. Denn das Wort ist für Ekelhafte. Da oder da? Da! Aber ich gehe nochmal zurück. Und jetzt gehe ich da. Hä? Wo geht's denn nun wirklich lang? Ist ja voll verwirrend. Ich blicke hier gerade nicht mehr durch. Oui, oui. Ich glaube, ich sollte mal langsam aber sicher eine Schpritze nehmen. Da habe ich auch genug von. So. Piep, piep. Batsche, batsche. Ah. Oui. Oh. Warum überrascht ich dieses Spiel mich auch immer wieder? Obwohl ich darauf vorbereitet war, dass irgendwas passieren muss, wenn hier in der Sackgasse ist. Fuck you. Dreckspullerspiel, ey. Jedes Mal das gleiche Theater mit diesem Kackspiel. Okay. Und Batsch. Ah, da geht's rein. Uh, okay. Schauen wir uns die Räumlichkeiten in Ruhe an. Finden wir hier etwas Tolles? Noch ein Schlagstock. Aber wir haben schon einen, oder? Deswegen können wir den nicht nehmen. Okay. Heißt, hätten wir den einfach passt, hätten wir den jetzt nicht. Okay. Hier ist ja gar nichts. Ein Schlagstock. Uah! What the fuck? Mama. Au. Mein Herz. Oh. Alter, ich halte das nicht aus. Das ist ja furchtbar. Hm. Schluck trinken. Ich drehe noch durch. Ich drehe fucking durch, ey. Oh, kacke, Mann, Leute. Ich kann gar nichts mehr sagen. Ich bin einfach nur paralysiert von dieser Angst, die ich gerade habe. Diese ständigen Jumpscares mit diesem gruseligen Ambiente und alles. Das ist so fucking scheiße gruselig. Ich dachte schon, ich scheiße mir bei Outlast in die Hose. Aber das hier ist nicht weniger gruselig, muss ich, hätte ich mir gedacht, mal gestehen. Gut, ja klar. Ich will jetzt nicht mit Outlast vergleichen. Outlast ist natürlich schon, also, das krasseste überhaupt, aber... Die Jumpscares hier, ey. Fuh, ey, fuu. Okay. Ist da sonst noch was? Nö, okay. 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 Ach, hier. Zungenfret. Die halten ja nichts aus. Die können doch nichts. Ah, komm, Zungenfret. Komm. Der schlaggert nur mit seiner Zunge ein bisschen rum. Das war's. Zungenfret? Kein Zungenfret. Zungenfret. Okay. 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 Ah, Speckbabys. Die kriegen mich immer früher mit dem Scheißhals. Ich hasse diese Viecher. Okay. Weiter geht's. Wow. Dieses Setting hier, Leute. Ist schon gut gemacht, so. Alles ein bisschen abgefuckt. Äh. Ja, danke. Ach, natürlich. Hm. So. Ach, du Scheiße. Geh langsam, aber sicher da hoch. Okay, und Andorf und Spucke. Hui. Geschafft. 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 Wir können weitergehen. Ja. Hm. Hm. Oh. Wie, wie. Oh, Scheri. Hier ist nichts. Okay. Alter Schwede. Das Spiel ist echt abgefuckt. Das Spiel ist echt. Ich bin gerade baff. Wie gruselig das doch noch geworden ist, obwohl der Anfang so seicht war. Okay, der Anfang war schon gruselig, aber das wird ja immer schlimmer. Hübsch. Also zumindest vom Ansehen her, schon dafür, dass das nach Flav 1 und das Wasser ist, ist das gar nicht mal so schlecht. Ja. Halbes Leben, eins Verhältnisse. Ich glaube, aber wenn man das Wasser geht, dann macht es Peng Peng und Tratterfalz. Dann, da gehe ich lieber nicht rein, ja. Geht also hier lang. Äh, kann ich den Weg nicht nochmal lang gehen? Doch, gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich da irgendwie verkeilt. Verstand? Aha, verkeilt, man. Ich glaube, der Witz war nicht gut. Der Witz war gar nicht gut. Aber ihr kennt mich, ja, meine flachen Wortwitze. Meine Witze sind so flach wie deiner Mutti. Was ist denn hier? Nichts, oder? Press it. Ich kann das Pferd bewegen. Und jetzt? Äh, ich habe es bewegt. Man kann hier also verschiedene Figurines bewegen. Gut, ich habe keine Ahnung, was das bringt. Ich denke mal, das Rätsel ist Lösung wird hier irgendwo stehen. Oder wird zumindest näher gebracht. Denn rumprobieren möchte ich nicht unbedingt. Aber ich kann speichern, Leute. Wow. Bin ich gerade froh, diesen Speicherpunkt zu sehen. Diesen Salespot. Ich bin so froh, weil ich schon lange nicht mehr speichern zu können. Ich glaube, hier komme ich nur lang, wenn ich, äh, es lag. Natürlich ist es lag. Arschgeigenpullergesicht. Oh nein. Das ist gerade gruselig. Kann ich hier, komme ich von hier? Ich weiß es gerade gar nicht. Vielleicht muss ich hier auch hoch. Löwe. Löwe, Löwe. Lieve, Lave, Lave, Lave. Ah, guck mal. Ah, Flachs. Ah. Ich komme hier nicht weiter. Ich brauche ein Rätsel. Eine Lösung für mein Rätsel. Wo ist denn der... der Löwe? Kann ich hier vielleicht irgendwas angucken? Ah, willkommen zu Gustav Dahlpark. Vorleckte carnivore sneaked side by side to his prey, ready to start whatever a movement was made. The equestrian beast didn't want her sleep to come so she fled to the west unklammed. Use me. The king of all birds flew higher than the owl, building as a wind. Apparently she flew quiet as if it was in the dark she came up from the river and headed to the south. Da ist also das Ding. Die geht nach Süden. Vorleck carnivore side by side a movement was made. Wie ist denn was ist die Klammer für die Plätze zu tun? West. West, South. Higher. North, East. Äh, ja. Werde ich wohl beim nächsten Mal machen, Leute. Denn ich blicke gerade bei dem Rätsel nicht ganz durch. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, wo ich jeweils was hinmachen kann und das Ganze schneller zu machen. Meine Rätsel sind immer schön, aber ich will das Spiel ja auch zeigen und nicht stundenlang eine Rätsel lösen. Deswegen wäre ich auf Tipps von euch ganz gerne gespannt. Aber ich denke mal, ich kriege hier gerade echt zu viel. Das war mir jetzt echt... Ah, wow. Ich kriege hier einen Rappel gerade. Ich kann es mir vielleicht beim nächsten Mal aufschreiben. Ich meine, die Zeit ist zwar relativ kurz, wie ich jetzt gerade im Spiel verbringe, aber ganz ehrlich, ich brauche jetzt eine Auszeit. Bis beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Auf dann, auf bald auch wieder. Das ist Juszy Kofsky. Blah, 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 blah.